das war ein fehler hier raus graben da ist die bestätigen klasse geht das steht gerade tatsächlich schild in zwei hände nehmen das ist ja nice das wusste ich nicht jetzt habe ich mir diese mühe gemacht ich komme da nicht mal rein und 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 So, okay. Okay, da geht es schon mal hinter weiter. Ich dachte gerade, das wäre ein Bonfire. Sagt fast so aus. Okay, hier ist eine Kiste. Und diese Kiste ist... Ein Krumm-Axt und ein Seelenstrudel. Apfelsstrudel war schon aus. Bitte, bitte, tsch. Oh shit, hier sind wir. Danke, Guter. Das geht wohl. Oh fuck you. Die haben ja noch Verfolgungsgedöns. Wo ist die Tür? Da, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Kommt auch noch ein PVB-Typ. Aber der schießt Ruhe. Der kann nichts. Der hat zwar Repetierarmbrüste, aber... Hallo, ich hab ihn voll... So nehmlich. Ich hab gleich keine Pfeile mehr. Aber jetzt hab ich die schon mal getriggert. Jetzt kommt die hierher. Ich weiß grad echt nicht mehr, was ich ohne Pfeile mache. Ich weiß jetzt auch nirgendwo, dass ich hier noch mal welche kaufen gehen könnte. So, das Ding ist auch da rum. Das ist überhaupt nicht gruselig. Ich hab noch nicht Feuer. Dachte ich auch. Was ist das? Du musst dieser Kerze wahrscheinlich irgendwas darbieten. Hast du dich gerade bewegt? Oh, schönes Schlimmschütterling. Ach, cool. Noch so ein Stein. Sonst ist dieser Raum einfach nur gruselig. Gut. Gesehen, als gruselig abgehakt. Weiter gehen. Ja, fuck you. Ich geh wieder zurück. Beschütz mich, kleines Feuer. Nö. Ist ihm völlig egal. Okay, jetzt ist er auch mad auf mich. Scheiße. Das will ich nicht riskieren. Okay, da wär noch gut gewesen. Da komm ich vielleicht später hin. Es wird spinnenwebiger. Da komm ich gar nicht rauf. Da komm ich vielleicht noch rauf. Und auch nichts. Dann kann ich nicht. Kann ich nicht. Nö, hm. Keine Ahnung. I don't know. I don't get this shit. Ist das ein anstrengendes, segelhaftes Level. Ist das schon erwähnt? Es ist anstrengend und ekelhaft. Ich weiß nicht, wo ich sein soll. Nee. Und das mit dem Springen produziert auch super toll. Mit dem wir es geändert haben. Ich bin da überhaupt auf. Nö. Er jumpt einfach durch. Geil. Ist verschlossen. Da ist ein Bonfire. Ich will da halbwegs rein. Von dieser Seite verschlossen. Okay, das heißt, es muss ein leichtes Bedürfnis hier reinzufallen. Hm. Warte mal. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, genau. Das ist die Seite. Da sind wir so rüber. Da muss irgendwo ein Loch durchfallen. Boah. Zum Mut. Von dem obersten Felsen. Ein bisschen runter. Bis hier da ist, dass sei wo wir rüber sind. Wenn ich da schon sag, so. Plop. Nee. Die klappt glaube ich auch nicht. Hm. 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 Das sieht aber auch noch ziemlich durchgehend aus. Und aus können wir darauf... Also hierhin shortcutten könnte ich wohl. Glaube ich. Okay. Okay. Ja. Diese Scheiße, da steht ja auch noch. Die ich... Ich wette, da geht's auch weiter. Da sind zwei Schalter. Da sind zwei Türen. Und eine Fick-Trillionen von Wichs-Viechern, ey. Och. Ne, Mann. Na. Ich komme auch nicht wieder rauf, ne? Erschreckt mich halt. Ein bisschen. Blöds-Arsch. Hier war nix mehr, ne? Hier kamen wir auch nicht weiter nach oben. Wie ich nach einem anderen Weg suche. Um nicht da lang gehen zu müssen. Das ist alles nicht zu meiner Zufriedenheit. Wie spielt das das überhaupt? Ne. Ja. Ich spiele hier gerade mal eine halbe Stunde. Da. Da, 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 da. Unglaublich unfähig im Spring. Unglaublich unfähig. Hoppla. Du musst auch gerne wissen, wo die herkommen. Also nein, will ich nicht gerne wissen, aber, ne? You know, you know, you know. Ja. Nö. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Aber. Wir haben 10.000 Seelen. Die würde ich ganz gerne benutzen. Hier gab's, hier in Majula gab's noch Händler, oder nicht? Naja, immer in einem Level, ne? Dat stecken wir in, kann man machen, die Geschichte hätte ne schöne 30 draus. Jo. So, die anderen 3.000 Seelen. Warte mal. Nur mal so. Ey, du. Aber wir sterben. Steck ich noch mehr in mein Flammenschwert? Das ist schon bloß 5. Würde mir 6 Schaden, ne, 8. 8 Schaden bringen. Oh. Der ist 16, ne? Ich weiß richtig, sehr. Mal ganz kurz. Hier war noch ein Händler. Ich will mal ganz gucken, ganz kurz gucken, ob ich bei dem Pfeile kaufen kann. Oh, hallo wieder. Of course not. Of course. Unhilfreiches Stück Scheiße. Ich hoffe, ich hoffe, ich sehe dich wieder. E-jo-gatze. Du hast auch Scheiße verkauft. Oh, ne unnötige Scheiße. Mann. Den Weg könnte ich natürlich auch nochmal versuchen, ne? Ich fühle mich genau da, wo ich gerade herkomme. Ich habe ja noch eine Gegenstatt erhalten. Irgendwas mit Schieß mich tot der Sinne. War das ein Ring? Ja. Du Alband des Sündes nicht der Sinne. Ah, toll. Okay. Okay, auch reinziehen. Mann, was soll's, ne? Wiegt ja nichts. Okay, Pfeile tut schon mal keiner verkaufen. Das ist alles bad. Sehr, sehr bad. Das ist bad. Das Ding ist, ich will da eigentlich nicht mehr hin. Ich will da eigentlich ganz schnell weg. Aber da, wo ich lang will, komme ich nicht lang. Da war noch ganz viel gut. Ich könnte natürlich mit einer Fackel runtergehen, da das Feuer entzünden, die anderen mit einem Pfeil pullen, mich an dem Feuer verstecken. Das könnte funktionieren. Das hätte ich vielleicht mal ausprobiert, bevor alles riesbohrt. Naja, diesen Plan werde ich aber erst mal auf nächstes Mal verschieben. Das hat mir heute wieder gereicht, erst mal. Also, ja, wieder zwei Parts zusammengekriegt, wenn nicht drei. Guck mal, wie ich da schneiden kann. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen gefallen hat, obwohl wir nicht so viel vorangekommen sind. Aber ich denke, wir haben da, was Ikonu angeht, ganz gut was geschafft. Ich sage, wir sehen uns im nächsten Part. Ich sage, tschüss, bis dahin. Euer Styro. Ich sage, tschüss. Ich sage, wir sehen uns im nächsten Punkt. Wir lesen. Wir lesen. Vielen Dank.